gut leute willkommen zurück hier akito von akito channel german kurz und knapp die ergebnisse vom splatfest und ich ahne wieder schlimmet das war wieder verlor denn nun sah es sowieso aus ja die erste runde war ja sowieso schon halbzeit 1 war nicht für uns was doch was Bistöck! Die aktuelle Marien wird bald jetzt Leute, das war's. Das war's, Leute, es wird jetzt wieder verloren, aber was war's zu erwarten, naja, haut rein.